Nachdem der Rapper Gantz über Sayed einige Disses rausgehauen hat und ihn wirklich als Schwuchtel und als Fotze beleidigt hat, meine lieben Freunde, so ist es natürlich in dem Video gewesen, hat er sich in einem neuen Post entschuldigt, dass er ein bisschen zu weit gegangen ist, meine lieben Freunde, er hätte es wohl ein bisschen softer angehen sollen. Ja Freunde, zieht es euch ein, meine lieben Freunde, dann würde ich mal sagen, bis gleich. Sayed ist eine kleine Fotze, ich sag euch warum. Die kleine Fotze, geh zu anderen Leuten. Du kleine Fotze, du kleine Schwuchtel. Du Schwuchtel mit einem Pinguinkang, du Schwuchtel. Du, du Fotze, Sayed. Du Hund, du Pinguin, du Hampelmann, du, kein Schwanz nimmt dich ernst, du, Hund. Ach so, du hast Album-Release jetzt bald. Ah, okay, du brauchst Promo, kein Problem, gib Bobby dir. Bobby, gib dir deine Promo. Keine Sorge, gib dir, gar kein Thema, kriegst du. Ja, guten Morgen, Deutschland. Ey, ich merke auf jeden Fall, ich bin ein bisschen zu weit gegangen mit Sayed. So, ich mache dich eine Emotion. Kämpf ja. Spaß, du Fotze, komm, bieg dich mal. Ja, meine Lieben Freunde, natürlich war das nur Spaß, natürlich war das nur eine kleine Ironie am Rande des Wahnsinns, meine Lieben Freunde. Das war es mit diesem kurzen Video, natürlich gibt es weiterhin noch ein bisschen Anspannung zwischen den Alpha-Membern und den Ex-Alpha-Member, Sayed. Es bleibt weiter spannend, meine Lieben Freunde. Wir verfolgen das Ganze natürlich noch in den nächsten Wochen und ich werde natürlich immer mehr Videos dazu rausbringen, wenn es euch interessiert. Ich bleibe auf jeden Fall auf dem Laufenden. Peace and out.